WP-Clan! Wir sind immer noch dabei! Niemand kann uns auslöschen! Wir ficken sie alle! WP-Clan! Swag! Yo, PP-Clan! Wir sind immer noch dabei! In COT7! Nein! Modern Warfare 2! Call of Duty Black Ops! So ein Keck! Es gibt nichts außer Lake und Heck! Kein Co-op! Was? So ein Shit! Das war in MW2 der Hit! Singleplayer! Bitte durch! Geht's noch leichter? Da wird der größte Nu zum Meister! Aproponu, was soll der Schund? Der Elfer-Killstreak? Mit nem Hund? Sind wir denn in COD5 geblieben? Mit elf Kids kann ich doch nen Shopper kriegen! Scheiß! Black Ops! Scheiß! Black Ops! Scheiß! Black Ops! Scheiß! Black Ops! Sniper, SMG, gleiche Range Kommt das nicht ein wenig strange? Tomahawk statt throwing knife Napalm-Deaf statt Prezi-Strike COD-Points statt Erfahrungspunkte Ich vermisse es so wie der Harrier summte Perks sind immer noch gleich geblieben Gibt's was schlechteres als COD-7? COD-7, was soll der schon? Everkill-Streak mit einem Hund? Sind wir denn in COD-5 geblieben? Mit elf Kills kann ich dann einen Chopper kriegen Scheiß Black Ops 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Präsentiert von Der PP-Rap-Schmiede Der PP-Rap-Schmiede